Wenigstens ein bisschen Begeisterung ist zu spüren in Katar, auch wenn das Abklatschen mit den Stars aus der Ferne am ersten Tag noch nicht ganz funktioniert hat. Vielleicht ja, weil die schon so fokussiert sind auf sieben Tage Training direkt vor ihrem Hotel, auf eine Vorbereitung bei mehr als 20 Grad unter dem Himmel Arabiens. Sie müssen jetzt wieder in den Rhythmus reinkommen, natürlich körperliche Fitness wiederfinden und dann müssen die taktischen Feinheiten hier erarbeitet werden, um dann eben in der Rückrunde auch zu ernten, was wir in der Vorrunde gesagt haben. Wir sind in allen drei Wettbewerben ja noch dabei und haben da doch durchaus die Hoffnung, den einen oder anderen Titel zu holen. Glamourös soll sie werden diese Saison. Die Bayern in Doha quasi sorgenfrei. Selbst Breno durfte mitreisen, während Bastian Schweinsteiger seine Verletzung überwunden hat. Und die Kataris sind auch noch auf ihre Kosten gekommen. Fotos und Autogramme von den Gästen aus Alemannia.